hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute spielen wir mal hochstapler in fortnite also like das video und abonniert den kanal und keine videos mehr zu verpassen aktiviert natürlich auch dazu die glocke und ich würde sagen ab ins video ok leute lasst direkt aufgaben machen wir sind agent das ist man bei euch lauf kommt die falsche idiot heute ich möchte mich auch direkt für euren support in letzter zeit bedanken weil das letzte video es kam ultra krank gut bei euch an also ich möchte mich für den support bedanken abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht gemacht habt weil ab den 100 abonnenten wissen die es wahrscheinlich noch nicht alle ich werde dann handcam machen also lohnt sich das auf jeden fall in nächster zeit zu abonnieren und die videos anzuschauen es gefällt mir auf jeden fall der support danke für alles okay max ich habe gesehen wer es war wer aber ich konnte den namen nicht sehen weil es war jeder banane als ich habe gesehen wie max dann gedienst hat die maxi lang gereportet hat ich habe ich habe nichts gesehen ich kann nichts mehr sein ja ich kann dann zu dir als ich wollte gerade die aufmerken okay ich überspringe weil ich nicht weiß wer wer ist okay ich glaube 10 10 10 10 ist alle kann ich habe nicht einfach so vorurteile werfen wenn wir es noch nicht wissen okay wir machen direkt unsere aufgaben weiter wollen nämlich gewinnen und diesmal muss ich mir mal wirklich einprägen wie dieser ding ist okay dann rechts und oh gott nee da bin ich ultra schlecht oh nee nicht schon wieder okay dann machen wir bei noch ein paar die krisis tod krisis tod krisis tod krisis tod also ich habe nicht gesehen wer es ist aber ich habe genau den tod gesehen also ich habe also ich kam von dahinten sandruck haben ich bin mit sandro dahin zu meiner aufgabe gegangen da hat sandruck umgebrochen von büro und da bin ich zu von büro in heute weiterlaufen habe ich dann die leiche gesehen frage im enteignet ja ich war das dann kann ich es dann nicht gemeldet hat sich das nicht mehr spät da müssen wir springen da ist ich mir müsste erst mal schauen mir hat jemand mehr seit dem wochen sehen da war alles bei büro ich weiß nicht also ich war am ende bei büro und habe gemeldet ich bin ich weiß nicht wo ich war bei mir steht es jetzt nicht auf der karte ich glaube ich war bei der brücke da und ich war bei leon und dieser super und wo wart ihr da ja ich überspringe es auch warten wir bis wir beweise haben okay wir machen direkt weiter unsere aufgaben wir wollen ja das schön schaffen schlafräume einfach dann hier oder lass erstmal zur sturmkontrolle und dann weiter zu schlafräume weil das schaffen wir dann leichter mit der gute also ich habe auch gar keinen bock zu verlieren deswegen machen wir es richtig gescheit fortschritt der agenten ich fühle mal relativ okay aber irgendwie macht nicht alle die aufgaben ich bin glaube ich der meiste der die aufgaben macht und wir haben schlaf heute einfach zwei aufgaben jetzt wird gleich jemand gleich sterben achtung wenn sie einwerfen wo mache ich das ich muss es auch cool geil geil okay wir gehen direkt zur inselkontrolle und machen das da und wir gehen weiter okay ich habe jetzt auf jeden fall zack und ich gehe jetzt weiter über die brücke zum sicherheitsraum ähm ich hab von es war so wer war das wer war das ich und äh sieben was ich wusste das ich hab immer banal party angemacht und hab dann immer gekillt okay fang der runde auf jeden fall ich bin okay wir gehen weiter es ist philip oh mein gott oh mein gott es ist philip okay ich werde auch gerne kopf und ein agent man okay ich kann es nur noch zuschauen wow ja das not die Bis zum nächsten Mal.